Heute ein kleiner Badeausflug in der Prignitz an den Karpfenteichen von Groß Pankow. Groß Pankow liegt an der B 189 zwischen Pritzberg und Perleberg. Unmittelbar vor dem Ort geht ein kleiner Feldweg ab, ca. 500 Meter bis zu den Karpfenteichen. Es ist ein sehr ruhig und still gelegener Ort, an dem man sich nach einer langen Autofahrt gut erholen kann. Hier kann man in der Sommerhitze hervorragend baden gehen, sich etwas ausruhen oder sogar im DRV Gewässer etwas Angelsport betreiben. Es ist ein von der Gemeinde sehr gut gepflegtes Naherholungsgebiet. In dem ehemaligen Kiesabgau Gebiet gibt es überall kleine Buchten zum Baden und zum Angeln. Man kann auch den See in ca. 30 Minuten einfach nur umwandern. Ich suche heute eine schöne Stelle zum Baden, da es sehr heiß ist. pop-parate Maschinen Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Eine kleine Abkühlung tut heute richtig gut. Und schon kann es weitergehen. Und schon kann es weitergehen. Ein paar Holunderblüten am Wegesrand. Und schon kann es weitergehen. Und schon kann es weitergehen. Der Vogel pickt sich hier winzig kleine Frösche aus dem Sand. Und schon kann es weitergehen. Und schon kann es weitergehen. Noch einen letzten Blick auf die Teiche und dann wieder auf den Heimweg. Und wieder ein kleines Stück zurück zur Bundesstraße B189. Und schon kann es weitergehen. 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 Und schon kann es weitergehen.